Kann ich mit euch allen reden? Ja, mache ich aber glaube ich nicht. Was ist unser nächstes? Zusammenarbeiten. Geh in der Sandline zurück. Kann ich da mich hin teleportieren? Kann erstmal ein Level steigen. Das ist alles 3. Okay, dann lassen wir das erstmal. Wir wollten schief das alles hier beibringen. Wir haben Fertigkeitspunkte 2. Schiefradar, aktive Fertigkeit, entdecke versteckte Gegenstände. Im Gebiet Fertigkeitsfähigkeit wird die Chance das Gegner Settner-Tele verlassen. Schatz, ahoi. Hey, sind ich. Und an oder an machen wir später. Ich speichere mal, nicht weil ich aufhören will, sondern weil ich einfach speichern will. Manchmal will ich einfach speichern, ohne dass ich aufhöre. Ja, Sandland. Wo muss ich denn hin? Na Spino. Darf ich mich hierhin teleportieren? Ja. Darf ich? Dann machen wir das doch. Schneiderweise nach Spino. Das ist Rao. General Ari, do you copy? Das ist Ari. Ich habe Urgent News von Forestland. Kann wir uns treffen? Wenn das über die Declaration der Krieg, dann bin ich sicher. Ich bin sicher. Wir sind vorbereitet, also bin ich in der Royal Capital. Mit dem Auto? gibt es Residenzstaat. Wir sind mit dem Auto hier. Der ist in dem Quest, aber ich weiß nicht, ob ich in dem Quest machen will. Das eine, das ist Gegensatzlagen, Produkte im Überfluss. Ich bin gerade so... Ist hier sonst noch was? Das, äh, das Waldland. Und hier noch irgendwo? Im Quest. Ich bin gerade tatsächlich so mittendrin im Spiel, also in der Story, dass ich gerade tatsächlich keine Lust auf dem Quest habe. Das sage ich nicht oft. In dem Let's Play hier. Das ist Ari. Hallo, Ari. Und was machen wir jetzt? Du bist noch schlimmer, als die letzte, die wir dich gesehen haben. Hast du überhaupt noch Hunger gemacht? Hunger hat nicht Teil meiner Lexikon in den letzten paar Tagen. Ich habe noch eine brutalen Begründung vor. Also kann ich lange nicht sprechen. Es hilft nicht, mit deinem Hunger. Aber hier ist unsere Situation so weit. Ich sehe. Es scheint, sie sind ziemlich confident in ihre Kraft. Eppie sagt, sie haben bereits eine große Kraft nahe der Bordern. Unsere garrison along der Bordern wird nicht eine Chance. Aber, zu sagen, das geht für die ganze Royal Army. Es scheint, es ist Zeit für meine Begründung. Wir haben vorbereiteten für Sie. Sie können dort bleiben für heute Abend. Ich werde meine Leave jetzt. Wir sprechen später. All right, wait. Wenn die Royal Army nicht können die Forrestland Armee aufs own, die Resistance kann... Du nicht wollen unsere Hilfe? Nein, nein. Ich wollte nur die Idee vor der Begründung erst. Wer ist? Es ist kein Zeit, zu können wir nicht noch ein paar dämonen helfen okay jetzt kommt noch irgendwas was ein anderes quest ziel aber anscheinend müssen wir hier zu ja anscheinend schon ich hätte vielleicht meinen panzer upgraden sollen das wäre vielleicht was intelligentes gewesen das habe ich komplett vergessen ich wollte nicht so weit hier hingehen aber ich muss eh mit dem reden du dummer kackkönig ja sie haben aber nicht angegriffen die situation has changed not even the royal capital is safe hmm but still if the royal capital falls don't you know your head will be the first to roll general siva what are you doing here i'm backing up general are ich krieg ja gar nichts mit der könig was war das du garam haben wir von garam schon mal gehört du bist so dämlich i'm now fight as a member of the resistance aiming to strip bread of his authority in other words she's the enemy of our enemy and you know what they say about them so you're telling me this enemy of our enemy and the traitor general siva and the demons who overthrew my army's commander are all on our side and you're not as puppet any more please stand up for your country and become a king your people can be proud of abba just imagine what tragedies will befall the people of this nation should we fail to stop forest land royal blood won't protect you either you could end up on the gallows or in jail at best and the ladies just love a man who fights to protect the people ehrlich that would be nice könig ey all right general are i've graciously decided to leave everything up to you i'll do all i can reporting in was los forest land army has crossed the border and is deploying into the southern desert as we speak südliche wüste okay we'll head to the front lines immediately godspeed this will be all out war are you ready good let's do this we'll be all out of the way wollen wir nicht noch ein paar dämonen holen oder sowas wie gibt ich so südliche wüste ich da hab ich ne nebenquest höhen cobra hat's ehrlich jetzt wo es rund geht kommen noch nebenquests ich weiß nicht es ist nicht weil nicht nur sag ich mal dass ich das spiel beenden will es ist auch gerade interessiert mich die ich habe zu viel story gerade gespielt dass mich dass mich irgendwie neben story neben geschichten gerade irgendwie sowas von gar nicht interessieren die kann ich nicht verbessern was brauche ich denn zu beate koko legierung okay ich weiß nicht wo ich zu beate koko legierung herkriege außer vielleicht herstellen die benutze ich alle nicht ich brauche das schwebe auto und die kampf rüstung war und dann gucke ich mal erstmal gucke ich mal ob ich den panzer verbessern kann irgendwie was was habe ich 262 nehmen wir die hier weil das hier ist alles über mein level 23 brauche ich dafür dann nehmen wir die kanone hier und dann haben wir hier irgendwas bis zu 104 nein und das mehr egal teile 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 bauen verbessern das was wir gerade tragen ja die kann ich nicht benutzen ja die kann ich nicht benutzen deswegen macht es keine sinnbilder verbessern 298 wunderherrlich die zwei die kann ich gerade nicht benutzen da wird er dann 20 brauche ich dafür ähm 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 das benutze ich gerade 298 geile bauen da sieht nix danach aus ähm ähm die kann nun auch ja die habe ich schon angedenkt okay habe ich nicht aufgepasst der Rest ist mir ziemlich egal weil ich mit den Sachen sowieso nicht kämpfe ich wollte doch ich wollte nochmal gucken ob ich Koko Legierung herstellen kann kaufen kann ich sie bestimmt nicht und ich habe jetzt auch keine Lust ehrlich gesagt die Quest da zu machen von Ares oder Ares nee nee Ares genau Ares hieß sie äh äh wie hieß das irgendwas Koko Legierung nicht wertige sie ist irgendwie anders okay ich denke mal sie wird es nicht herstellen können ich guck mal ob ich hier Sachen tauschen kann äh äh einen Hüfferrahmen brauche ich nicht so das ist mir alles ziemlich egal was hast du nochmal ah ja du hast äh Waffen und sowas äh jetzt den Angriff ehrlich das ist irgendwie alles nicht so geil okay dann lassen wir das machen wie gesagt neben Quest sind wir gerade egal deswegen mache ich sie auch nicht oder später vielleicht mache ich sie auch gar nicht mehr je nachdem äh muss glaube ich teleportieren reicht deswegen brauche ich nicht da hinzugehen äh okay dann gehen wir hier zur Wasserversorgungsstelle guck mal kurz wieso sind die im Panzer okay sie sind im Panzer äh okay ich muss die alle besiegen dann gehen wir dahin was am nächsten ist das wäre hier was landoffizier okay diesmal bleibt es nicht leben die raketen von uns und explodiert dem auch direkt vor die füße wenn ich es vor die füße klatsche da hört mal auf den haben wir besiegt der nächste wäre 665 600 also ich stelle um einen meter ist der am nächsten aber um ehrlich zu sein gehe ich hier hin warte ich hätte hier alles besiegt oder ist hier noch wer sehe ich die sind hier noch nicht mehr das ist ein äh Sondlandpanzer hier soll da irgendwo noch da oben vielleicht da ist da ist ist ja herrlich gut ist das spiel back okay dann wollen wir da hin weil es ist besser wenn wir so in einem kreis quasi fahren als was im nächsten ist weil dann ist was anderes wieder weiter weg und so ok ok moin ich hatte keine keine munition hör mal auf du du gehst mir auf den keks ich hätte in spino noch äh äh preparaturgits kaufen sollen ja wo er dir noch zu klungen wir müssen so langsam mal los helfen hier komm, wir müssen naja du penner die sachen ein wussten ich habe doch ich hätte was feines gesehen da habe ich das schon angesammelt die nehmen wir automatisch machen alle platt und ihr könnt gar nichts oder okay da wird wahrscheinlich der große panzer bei sein das ist nicht ein panzer das ist ein felsen ich komme von hinten meine freunde aber erst die anderen weg ich sehe auch gerade wenn er jetzt aufhört sollten wir uns mal heilen wir haben echt ein bisschen den schaden bekommen warte da ist noch den händen habe ich gar nicht gesehen um ehrlich zu sein in die richtung ist das das ist der punkt neu oder ich habe ihnen echt nicht gesehen ich habe das werden nur vier punkte aber es ist wahrscheinlich noch ein fünfter dazu gekommen oder ich habe ihn und wird übersehen jetzt schon irgendwie cool dass wir ins entland krieg führen das ist doof aber dass wir so große schlachten haben in eines der großen feld ist cool krieg ist nicht cool krieg selbst ist ein großer scheiß aber wie das hier das geht wirklich gut hätte ich wusste nicht dass ich zu nah dran bin das sind ja schon großer panzer das ist ja schon großer panzer meine fresse aber ich stehe mir nicht weg wer ist das ist das das seos leute was macht der denn hier ich habe die elite-guarde fertig gemacht ich muss das weg suchen da mache ich wenn ich die hier erstmal weg gemacht habe ok da ist der band ok in die nähe aber nicht ich warte da die holen da was großes raus die stuhrchen was war was du da ok das ist die hälfte des kampfes da passiert doch was da kommen ein paar Passe an das ist der Königmann am Leben ja heute war ich will weiter kämpfen ich will keine animationen sehen weil in animationen sterben leute das aris panzer in animationen sterben leute und ich will nicht dass aris stört nein shit kuh don't move you're badly wounded we're pulling out sandland is counting on me i can't lose discretion is the better part of valor just focus on staying alive but if i withdraw who will command the army this old soldier if you let me you have to ask you wipe the floor with me like i didn't know which end of the gun to hold if you'll be the one taking charge i'll gladly step back someone take our aboard and get him out of here oh and i'll be needing a tank was ist ein panzer irgendwo aber wie wo auch immer der ist now on i i relinquished command to general shiva everyone this is a strategic withdrawal our priority is to minimize casualties wooo i don't go by shiva anymore what kind of water everyone stop here are you sure general we're highly visible here it's all right come on you should be able to hit them from that position it's too bright i can't see them come on as we're just getting made that's all right what happened do you copy are you head der ist wieder vorgesendet ist das das glaube ich mein panzer mit der dicken kanone oder ja ich glaube wir sind noch mit dem kampf rossetta ist das ihr idea of justice das ist ein ally of demons has the right to speak of justice you've got it wrong they're not the monsters you think they are at all like i would listen to the lies of a half demon please listen rosetta there is no need for us to shoot at each other we can resolve this if you'll just talk to us keep your naive ideals in your diary this is a battlefield was was hat er gemacht was hat er gemacht was hat schief gemacht übrigens war der kopf noch nicht vorbei wir haben den panzer nicht zerstört gehabt ich wollte die maus war plötzlich auf dem bild und ich wollte die weg machen was ich habe nicht gelesen und nicht zugehört lass mich mal in ruhe er ist am schlafen gut ich fahre einfach mal hier in die pamperein folge keine straße wo muss man denn hin nach merik nein das ist nicht das ist merik das ist königliche hauptstadt die residenzstadt das ist ein großer skupion den ich nicht bekämpfen will habe ich auch teleportieren machen wir das auch dass mir jetzt ein bisschen zu lang um ehrlich zu sein was we should really take a short break to let's stay the night at that in here range first i don't need a break but whatever haben wir noch irgendwie wischen nebenquests dass ich jetzt welche machen will und bevor ich jetzt weiter mache begegnen kommentar kommando zentralen palast wo ich jetzt weitermachen mache ich mir kurze pause